Herzlich willkommen an der Gemeinschaftsschule Eppelborn. Lern uns kennen. Wir sind eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler. Wir arbeiten sozial, kreativ und leistungsorientiert. Bei uns macht Lernen Spaß. Teamarbeit wird bei uns groß geschrieben. Ein motiviertes Team aus Lehrerinnen und Lehrern, Schulleitung, Schulsozialarbeiterinnen, Eltern und Förderverein sorgt für ein teamorientiertes und erfolgreiches Arbeiten für unsere Schülerinnen und Schüler. An unserer Schule erreichst du deine Ziele. Du kannst alle Abschlüsse erwerben. Den Hauptschulabschluss nach Klassenstufe 9, den mittleren Bildungsabschluss nach Klassenstufe 10 oder das Abitur nach Klassenstufe 13 G9. Bei uns hast du die Zeit, die du benötigst. Es gibt zum einen Halbtagsklassen. In diesen findet der Unterricht täglich von 8 Uhr bis 13.20 Uhr statt. Du kannst dich aber auch für die Ganztagsklasse entscheiden. Hier finden Lernzeiten, Unterrichtszeiten, Freizeiten, Mittagessen und verschiedene Freizeitangebote von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr bis 16 Uhr statt. Freitags endet der Unterricht auch hier um 13.20 Uhr. In der täglichen Lernzeit der Ganztagsklasse wirst du von Lehrerinnen und Lehrern, Förderlehrerinnen und auch weiteren pädagogischen Personal individuell bei den Aufgaben und beim Lernen begleitet. Für Schüler und Schülerinnen der Halbtagsklassen gibt es das Angebot der Freiwilligen Ganztagsschule FGTS. Auch hier wird ein Mittagessen und eine von Lehrern unterstützte Hausaufgabenzeit angeboten. Auch Spiel und Spaß in der Freizeit kommen nicht zu kurz. Besonderheiten an unserer Schule sind die Startzeit an jedem Morgen, offenes, kooperatives und projektorientiertes Lernen, das Doppellehrerprinzip in Klassenleitungen und Hauptfächern sowie das tägliche Doppelstundenprinzip, sodass du maximal drei Fächer täglich hast. An unserer Schule wartet eine moderne Lernumgebung auf dich. Du lebst und lernst in einer freundlichen Umgebung mit bestens ausgestatteten Fachräumen und aktuellen Medien, wie beispielsweise die schuleigenen Tablets für den Unterricht. Englisch ist bei uns die erste Fremdsprache. Französisch lernen wir spielerischen Sprachkurs. Wir sind etwas Besonderes. Arbeite mit uns, unserem Schuh und Socke, lerne unser festintegriertes Waldprojekt im Ganztag kennen, mach Sport mit uns, hab Spaß in unseren vielfältigen AGs. Du bist neugierig auf uns? Schau unseren Imagefilm und unseren Flyer an. Dort sind die Anmeldetermine vermerkt. Wir freuen uns auf dich!